Hallo, ich bin Klaus. Heute geht es um die Frage, sagen Christen eigentlich die Wahrheit? Ich habe vor kurzem einige Seiten aus einem Buch des evangelischen Theologen Karl Barth gelesen und da ging es um unser Denken und Reden über Gott. Was passiert da eigentlich, wenn wir über Gott nachdenken und von ihm reden? Kann man das überhaupt, von Gott reden? Und ich dachte mir, das sind gute Gedanken zur Frage, ob Christinnen und Christen eigentlich die Wahrheit sagen. Aus dem, was ich gelesen habe, ergibt sich nämlich eine wirklich überraschende Antwort. Ich fange mal so an. Jeder christliche Mensch ist ein Theologe. Er ist es, weil er sich Gedanken über Gott macht. Das Wort Theologe ist nämlich zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern Theos und Logos, also Gott und Wort oder Überlegung oder Vernunft. Man kann sogar noch weitergehen. Nicht nur jeder christliche Mensch, sondern überhaupt jeder Mensch ist ein Theologe in seiner Weise. Denn jeder Mensch hat einen Gott oder mehrere Götter, die sein Denken über die Welt und auch sein Handeln in der Welt prägen. Alles, was es in der Welt gibt, kann zu solch einem Gott werden. Die Natur zum Beispiel, die Vernunft, der Fortschritt, eine Religion oder eine ganz unreligiöse Ideologie, ein bewunderter Mensch oder eine Gruppe von Menschen und vieles, vieles mehr. Alles kann uns zum Gott werden. In ähnlicher Weise hat es der Theologe Karl Barth in seiner letzten Vorlesungsreihe ausgedrückt, die er im Wintersemester 1961-62 in Basel hielt, ist also schon ein paar Jahre her. Aber Karl Barth ist ein sehr berühmter Theologe und darum sind seine Äußerungen, Vorlesungen und seine Schriften auch heute noch alle im Handel erhältlich. Die Vorlesung, die er damals als Abschiedsvorlesung in Basel hielt, trug den Namen Einführung in die evangelische Theologie. Sie richtete sich aber nicht nur an Theologiestudenten, sondern an jeden Christen und jede Christin sowie auch an jeden an der Theologie interessierten Menschen. Denn wie gesagt, jeder Mensch hat etwas, das er für unantbehrlich hält, für sein Leben, woran er hängt, eine Weltanschauung, der er anhängt, ohne die er nicht leben kann und leben will. Und jeder Mensch verehrt in dieser Weise etwas, das ihm göttliche Bedeutung hat. Und insofern kann man sagen, er betreibt Theologie. Aber was verbindet eigentlich all diese so unterschiedlichen Theologien, die Menschen betreiben? Nach Karl Barth besteht die Verbindung darin, dass all diese Theologien sich für die einzig richtige und wahre oder zumindest für die beste Theologie halten. An diesem Wettstreit der Theologien möchte sich Barth allerdings nicht beteiligen. Denn Barth nimmt die christliche Theologie ausdrücklich davon aus, sich selbst für die einzig richtige, wahre oder für die beste Theologie zu halten. Das mag überraschend klingen. Scheint doch die christliche Theologie gegenüber allen anderen Theologien gern die Wahrheit für sich zu beanspruchen. Die beste oder allein wahre Theologie sogar müsste jedoch die Theologie Gottes selber sein, sagt Barth. Sie müsste das denken und zum Ausdruck bringen, was Gott selbst über sich denkt. Sie müsste das aussprechen, was Gott selber ausspricht. Diese Formulierungen verraten schon die Absurdität dieses Gedankens. Denn kein Mensch kann doch das denken und aussprechen, was Gott selber denkt und ausspricht. Wir können immer nur das denken und aussprechen, was wir selbst erlebt, gehört und aus dem Erlebten und Gehörten kombiniert haben. Und wir können das alles nur mit den unvollkommenen Wörtern unserer ganz menschlichen Sprache denken und aussprechen. Wer über Gott nachdenkt und spricht, muss sich auf das beziehen, was andere ihm über Gott gesagt haben und was er in der Bibel über ihn gelesen hat. Aber all das, auch die Bibel, ist nicht das unmittelbare Wort Gottes. Wir vernehmen Gottes Sprechen nicht unmittelbar, sondern wir vernehmen es immer nur vermittelt über das Sprechen von Menschen. Auch die Verfasser der biblischen Schriften waren Menschen. Was sie aufschrieben, war nicht unmittelbar von Gott selbst gesprochen. An diesem Punkt nun mögen sich die Geister scheiden. Denn fundamentalistisch orientierte Christinnen und Christen halten die Bibel für das unmittelbare Wort Gottes, das den Verfassern der biblischen Schriften wortwörtlich von Gott eingegeben wurde. Und wenn man davon ausgeht, kommt die Bibel dem lebendigen Sprechen Gottes gleich. Tatsächlich reden manche Fundamentalisten auch selber so von Gott, als würde in diesem Moment Gott selber sprechen. Ich habe Christen kennengelernt, die so genau über Gott Bescheid wussten, wie es eigentlich nur Gott selber kann. Und sie haben es mit einer Autorität vorgetragen, als gäbe es überhaupt keinen Zweifel daran, was sie sagten. So haben sie sich im Grunde jeder Diskussion entzogen. Sie sprachen so, als wäre ihr Wort identisch mit dem lebendigen Wort Gottes. Karl Barth meinte, dass jede Theologie, die sich so ausdrückt, als wäre sie die allein wahre Theologie Gottes selbst. Keine Theologie darf sich als Weisheit oder Lehre ausgeben, die mit der Wahrheit Gottes identisch ist. Und zwar deshalb nicht, weil Gott jeder Theologie gegenüber überlegen ist und seine Wahrheit immer neu erschließt. Diese Wahrheit muss daher immer aufs Neue entdeckt werden. Es gibt deshalb in der Theologie, also im Nachdenken aller Christinnen und Christen über Gott, keinen Stillstand. Nur dort, wo Gott sich selbst immer wieder neu zu erkennen gibt und wo Menschen sich darauf einlassen, dort können Erkenntnisse über Gott wachsen. So erwartet und erhofft die Theologie nicht von sich selbst, sondern allein von Gott, dass sie in die Lage versetzt wird, Gottes Wahrheit auszudrücken. Christliche Theologie, und das heißt ja jetzt bei Barth immer christliches Nachdenken über Gott. Alle Christinnen und Christen sind gemeint. Christliche Theologie gibt nur Gott und Jesus Christus, nicht aber sich selbst die Ehre. Insofern ist christliche Theologie nach Barth eine bescheidene Wissenschaft. Ihre Bescheidenheit zeigt sich auch darin, dass sie nie an ein Ende kommt. Sie lebt vielmehr davon, sich immer wieder auf das Ereignis einzulassen, dass Gott sich ihr neu zu erkennen gibt. Sie macht daher keinen Halt bei dem, was frühere Menschen einmal von Gott erkannt haben und seien es die größten Theologen und beeindruckendsten Glaubensvorbilder gewesen. Insofern ist christliche Theologie nach Barth eine eminent kritische Wissenschaft. Eine Wissenschaft, bei der es in der Natur ihrer Sache liegt, dass sie von Gott selbst einer dauernden Krise ausgesetzt wird. Wer diese Krise seines eigenen Denkens und Redens über Gott nicht aushalten kann, der mag zwar ein Christ sein, aber er wird wohl bei dem, was er früher einmal über Gott gelernt hat, stehen bleiben und sich neuen Erkenntnissen über Gott verschließen. Dabei kann man diese Krise, dieses Gericht Gottes, das griechische Wort, Krise heißt auch Gericht. Man kann diese Krise und dieses Gericht Gottes getrost über sich ergehen lassen. Denn Gott ist kein höchstes Wesen, das fern von uns sein Dasein fristet, sondern er ist ein Gott, der sich in die Niedrigkeit unseres Menschseins und unserer Theologie herablässt und gerade in dieser Niedrigkeit seine Hoheit hat. Denn diesem Gott liegt an uns und an unserem theologischen Denken und Reden. So ist Gottes Nein zu uns und zu unserer Theologie eingeschlossen in sein großes Ja zu uns und unserer Theologie. Wir müssen nicht ängstlich auf dem beharren, was wir irgendwann einmal für richtig befunden haben. Wir müssen nicht um unsere Rechtgläubigkeit uns sorgen, weil der gnädige Gott uns auch unseren Irrglauben verzeiht. Wir können daher auch in unserem theologischen Reden getrost und bestimmt auftreten. Denn unser ängstliches oder auch kritisches Denken über Gott darf auf keinen Fall dazu führen, dass wir nur verschüchtert, zurückhaltend oder überhaupt nicht mehr von Gott reden, weil wir uns ja möglicherweise irren könnten. Das wäre eine falsche Bescheidenheit. Dann würden wir einen Gott verehren, der nur das Nein zu unserer Theologie kennt, aber kein Ja dazu. Wir glauben aber an einen Gott, dessen erstes und letztes Wort nicht Nein ist, sondern Ja. Mit diesem Gott tut Gott, wo und wann er es will, durch unsere menschlich schwachen und unvollkommenen Worte seine göttliche Wahrheit kund. Sagen Christinnen und Christen also die Wahrheit? Sie sagen dann die Wahrheit, wenn Gott seine Wahrheit durch ihre Worte zum Ausdruck bringt. Und sie beten darum und vertrauen darauf, dass Gott dies immer wieder tut. Darum ist christliche Theologie und jedes ernsthafte christliche Nachdenken und Reden über Gott und die Welt eine dankbare und fröhliche Wissenschaft. So viel von mir bzw. von dem Theologen Karl Barth zu diesem Thema. Auf meiner Website christseinverstehen.de kannst du den Text auch nachlesen und kopieren. Dort wird über meine Texte auch munter diskutiert. Wenn du magst, schau also mal auf meiner Website vorbei oder abonniere meinen Kanal hier auf YouTube, dann kannst du kein neues Video verpassen. Du musst dazu nur unten links auf den Button klicken. Schalte dich also gern wieder ein. Bis dahin wünsche ich dir viele gute Gedanken über Gott und dass du dazu gesegnet sein mögest, zu diesen guten Gedanken, gesegnet sein mögest mit Gottes hilfreichem Geist.